Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war Archie Gaming, Flo von dem Start, heute mit dem neuen EA FC Content, es ist Samstag, es ist kurz vor 19 Uhr und EA gibt uns zum Rush Event, neuen Content, unter anderem die neue SPC Aldasari, die wir bequatschen, eine tolle Teamgrundlagengeschichte, das heißt, wir haben auch was Neues in den Objectives und apropos Objectives, auch da haben wir was Neues in Bezug auf Rush, wir haben einen neuen Rush Modus draus und dazu Objectives, die wir dann eben in Rush machen können, werden wir heute bequatschen auf jeden Fall und außerdem eine neue Evolution, was es damit auf sich hat, jetzt hier, heute, in diesem Video. Let's go! Ja Freunde und bevor wir reinsteigen, das Ganze vergesst nicht, Liebe dazulassen, wenn euch das Ganze gefällt, das ist täglich für euch am Start, wir nehmen euch kurz die 1 Sekunde Zeit, lasst einen Daumen nach oben da, gerne kostenlos ein Abo dalassen, kostenlos die Glocke aktivieren und nicht vergessen, kostenlos auch ein Kommentar zu hinterlassen, zum Beispiel mit eurer Meinung zum heutigen EA FC Content, was alles rausgekommen ist, schreibt es gerne rein runter in die Kommentare. Ich werde euch heute wieder weiterhelfen, wieder Tipps und Tricks mitgeben und alles gemeinsam bequatschen, meine Meinung mitgeben, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, schreibt es also gerne rein runter in die Kommentare. Ja und heute tatsächlich nur, und das ist vielleicht schon mal das Komische an der ganzen Geschichte, nur eine ASPC. Ja, wir letzte Woche auch mit der Varane-SPC wieder Teamgrundlagen, hatten wir ja letzte Woche auch mit einer Evo etc. und so weiter und so fort und heute die Saudi-League am Start mit Alda Sarri. Und da können wir es kurz machen in Bezug auf die ASPC, 28 Tage da, einmal zu machen, ein Segment und ja, das ist die ASPC, die wir auch schon letzte Tage über bequatscht haben, das ist die Lieblings-SPC von EA. Ein 84er-Gradian-Squad mit dem Team of the Week müssen wir hier abgeben, ein Saudi-League-Spieler auch, muss mit dabei sein, aber guckt bei euch im Verein, habt ihr auf jeden Fall dann bis dato definitiv eingezogen, ob es Bozovic ist oder keine Ahnung, mal ein Beispiel zu nennen oder mal, nee, keine Ahnung, ja. Also das ist auch gar kein Problem, aber 84er-Gradian-Squad und Team of the Week, gefühlt die Lieblings-SPC von EA und da mit gesehen haben wir hier roundabout immer den ähnlichen Preis, das heißt 84er-Gradian-Squad mit Team of the Week, schreiben wir uns schon mal auf, aber wen bekommen wir dafür? Das ist einmal diese Karte mit, jetzt ist es richtig, 4-Star, 5-Star, das ist schon mal der erste Win. 1-3-7 Körpergröße und dann haben wir LM linker Flügel, Al-Hilal, Saudi-League und Saudi-Arabia, Fabian, klar, er kommt mit Tempo um die Ecke, ausgeglichen, 86er-Beschleunigung und 87er-Sprint-Depo, wir gucken uns das abgehängt gleich mal an, 80er-Schießen, 77er-Passspiel ist auch in Ordnung und dann, was ich ihn nice finde, Dribbling, von oben bis unten alles sehr gut ausgeglichen, der Ruhe-Stat ist da, Bewegigkeit ist da, Balance ist da bei 90 sogar, ja, und dann haben wir auch die Physis, 92er-Ausdauer, das ist gut für einen Außenspieler und dann kommt das gut, wir haben auch sogar einen Playstyle-Plus. Angestellert Schuss und Lupf war die normalen Playstars mit Technik und Flair und dann First Touch ist der Playstyle-Plus und Rollen haben wir dann Flügel-Motor-Plus, Innensturm-Profi-Plus und Innensturm-Profi-Plus bei LM und linker Flügel, also auch ein paar Rollen diesbezüglich hier vertreten bei Aldarsari und wenn wir das Ganze dann zusammennehmen, was wir zurückbekommen an Karte plus was wir abgeben müssen in der SPC, keine schlecht gepreiste SPC, aber ich denke, es wird vor allen Dingen interessant in Bezug auf die Linkbarkeit. Wie gesagt, gehen wir gleich drauf ein, auch auf das an sich Upgrade, wir reden über roundabout 25.000 Münzen, vielleicht ein 50-50-Ding, ja, für Collector vielleicht auch was in diese Richtung, wir werden ihn vielleicht für irgendwann in Objectives, schrägstrich im Rush-Event vielleicht auch brauchen, aber die SPC ist da und wie gesagt, 28 Tage, lange, lange, also lange genug Zeit, dass wir uns da Gedanken machen. Viel interessanter wird es heute aber auf jeden Fall bei den Zielen. Evo kommen wir gleich zu, vorher will ich bei euch in die Ziele gehen, da haben wir nämlich eine neue Rush-Wochen-Aufgabe draus und da will ich Bezug nochmal kurz auf die Sache von gestern nehmen, weil ich bei Instagram keine Ahnung, wie häufig angeschrieben worden bin, bei Twitch wurde ich jetzt die ganze Zeit drauf hingewiesen und natürlich auch gestern schon bei euch in die YouTube-Kommentaren von euch runtergeschrieben bekommen habe und zwar soll das Ganze verbuggt sein mit den Vorlagen hier bei der Total Rush-Takeover-Geschichte. So wie es aussieht, funktioniert es wohl nur bei Goldkarten. Ich habe jetzt Goldkarten und Evos auch teilweise gelesen, teilweise nur Goldkarten, also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Special-Karte, mit einer Rush-Karte versucht habt, hier Vorlagen zu geben im Rush-Modus im neuen, dann soll das wohl nicht gezählt haben. Hier auf der Road to Grabby habe ich das Ganze jetzt noch nicht gestartet, aber das vielleicht kommen wir als erste Information, dass ihr, falls ihr auch damit Probleme haben solltet, ja, erstmal hier auf jeden Fall mit Goldkarten wohl hantieren solltet. Ja, das Information Nummer 1. Und dann eben neu die Aufgabe Tempo runter. Und da heißt es, und das trägt schon mal ganz, ganz wichtig, Freunde, erst mal vorweg, drei Tage ist das ganze Ding da und wir lesen mal gerade durch. Da schließt es mir, unter der 04, helfen Sie mit seltenen oder mit gewöhnlichen goldenen, silbernen oder bronzenen Spielergegenständen in diesem Slow-It-Down-Ziel. Alle Belohnungen sind nicht handelbar. Handelbar. Wie hieß es dann also? Klar, sind Unshade, ja, und das heißt, wir haben hier schon mal eine Voraussetzung mit goldenen, silbernen, bronzenen. Kann sowohl selten als auch non-rare sein, okay? Also, wir haben hier einmal bereit in fünf separaten Rush-Partien ein Tor vor. Freunde, denkt an den Text da drüber. Anscheinend funktionierst du nur mit goldenen, silbernen oder bronzenen Spielern. Non-rare oder selten. Anscheinend Special-Karten sind hier ausgeklammert. So, Punkt Nummer 1, ja. Dann bereiteten zehn separaten Rush-Partien ein Tor vor. Wir bekommen hier wieder einen Player-Pick, 78-Schluss-Player-Pick, 75-Schluss-Player-Pick. Dann 125 XP, interessanterweise. Und dann haben wir gewinne drei Rush-Partien in Folge. Das ist auch sehr, sehr tricky, um ehrlich zu sein. Drei Rush-Partien in Folge zu gewinnen. Je nachdem, was man eben da für Mitspieler bekommt. Also mit Freunden wahrscheinlich auf jeden Fall einfacher. Und dann haben wir spielte zehn Partien im Flash-Rush-Event. Tempo runter. Und das ist eben heute das neue Rush-Event. Und wenn ihr euch an gestern noch daran erinnern könnt, das haben wir ja auch hier diese jeweilige Aufgabe. Heißt, es spiele eben eine Partie im Flash-Rush-Event. Tempo runter. Startdatum 12. Oktober bis eben einschließlich 15. Oktober. 18 Uhr BST, hatten wir ja gestern vorgelesen. Und am 15. bis 18. kommt ein weiteres Event dann eben auf uns zu. Also das ist eben genau darauf bezogen. Mit den Player-Picks und der Gruppen-Reward auch ein Player-Pick. Mit einem 80-Plus-Player-Pick am Start. Tempo runter. Apropos Packs, Player-Picks. Es war heute so, ich werde euch mal gerade ein Bild einblenden, dass ich tatsächlich heute anscheinend, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es die letzten waren, auf jeden Fall habe ich drei weitere Pre-Season-Rewards bekommen von SC24. Ja, da war dann diesmal mit dabei das 82x10er, meine ich, war es gewesen. Unter anderem auch den 84x5er-Pick, I guess, glaube ich, war es. Genau. Und das, ähm, den Icon-Player-Pick, den Loan. Ja, also das heißt, wir hatten beim, wann war es gewesen? Am Donnerstag hatten wir drei Sachen bekommen. Und quasi jetzt heute, als ich mich eingeloggt habe, gegen 17 Uhr war das, roundabout, hatte ich auf einmal wieder eine Push-Nachricht. Ich habe euch hier auf der zweiten Seite den Screenshot gerade gemacht, den ich euch gerade zeige. Das heißt, da ist wohl wieder was rausgegangen. Alle, vielleicht also da jetzt nochmal checken bei euch, sind neue, ja, Pre-Season-Rewards bei euch angekommen? Ja oder nein? Das kurz als nächste Information und dann in Bezug auf Total Rush. Jetzt haben wir die Ziele uns angeschaut, die SBCs. Ja, wir gehen gleich mal in den Modus. Ich will euch aber hier noch zeigen, dass wir einen neuen Meilenstein haben, ja, wo ich gerade SBC anwende. Wir haben natürlich Team-Gutlagen eben auch hier in den Zielen. 28 Tage auch hier am Start. Ihr seht, Gruppen-Reward ist Gabri Vega. Machen wir das vielleicht noch gerade zum Abschluss. Und dann haben wir erzielt jetzt Squad-Battles oder Rivals, vier Tore per angestellten Schuss. Ja, für einen 75-Spiel-Back. 75-Spiel für erzielt zehn Tore in Squad-Battles oder Rivals mit einem Saudi-League-Profi. Und dann haben wir hier noch Pedro Reboccio, Linksverteidiger, für zehn Spiele in Squad-Battles Rivals mit mindestens zwei Saudi-League-Spielern. Und das Ganze dann eben noch mal hier mit Gewinne sechs. Sechs Partien mit mindestens zwei Saudi-Spielern in Squad-Battles Rivals einmal gewinnen. 55-Spiel für ein Dreier-Pack. Und dann Gabri Vega, wie gesagt, der Gruppen-Reward. Auch wieder eine ausgeglichene Zentralkarte. ZOM, ZM. Hier die Positionen. Und ja, bis auf Wolle ist nur 50. Kann er auf jeden Fall einiges. Drei Sterne, vier Sterne. Und dann gucken wir uns hier schon mal den Linksverteidiger an. Drei Sterne, drei Sterne hier vertreten. 92 Balance sogar. Und 96... Oh, also da ist die Balance auf jeden Fall sehr high. Linksverteidiger kann er auch... Nee, leider kein LM. Interessant. Portugal dann hier. Spanien, die Nation. Und dann haben wir, wie gesagt, die SBC am Start. Also das zu den Team-Grundlagen. Und jetzt noch mal back zu den Total Rush. Zu der Aufgabe, wenn wir zu Spielen gehen. Und da ist es schon witzigerweise angezeigt. Flash Rush-Event. Siehe jetzt das zeitig begrenzte Tempo-Runter-Rush-Event an. Maximal 80 Tempo. Das ist die Profi-Voraussetzung in diesem neuen Event. Und Maximal 80, wie gesagt. Und ihr seht es da auch. Es ist eine Goldkarte, Freunde. Es ist eine Goldkarte. Also schaut euch das an. Es ist eben Bezug auf keine Special-Karte. Und wenn wir uns das anschauen, steht sonst noch was konkret da. Immer mit der Ruhe. Okay, hier heißt es dann irgendwie immer mit der Ruhe. Wait. Hier heißt es... Warte, warte. Das hieß doch gerade eben anders. Oder bin ich jetzt komplett durcheinander? Tempo-Runter heißt es hier. Warum heißt denn das Rush-Event nicht hier auch ein Tempo runter? Schatze ich auch gerade so in den Ziel? Immer mit der Ruhe heißt es hier. Auch drei Tage nach. Das heißt, es tritt in dem zeitig begrenzte Event eben mit Items mit geringem Tempo an. Maximal 80 Tempo. Darf die Karte haben. Wir gehen jetzt nicht rein, weil wir sollen natürlich in die Lobby reingehen. Ihr wisst Bescheid. Also das auf jeden Fall noch im Start. Die neue Aufgabe in Bezug auf Ziele. Eben auch was Neues im Rush-Event. Ein neues Rush-Event, was eben da ist. Also Freunde, das heißt, wir haben einmal die Team-Grundlagen. Aber ich habe es eben schon im Intro gesagt. Wir haben eben auch. Und das wäre das nächste. Evolutions. Wir haben eine neue Evolution draußen. Und die schauen wir uns natürlich jetzt mal etwas genauer an. Also es soll eine Free... Aber perfekt. Freunde, das ist glaube ich das erste Mal promo-bedingt, dass wir es jetzt hier angezeigt bekommen. Laut Background und auf der linken Seite. Zu welchem Pass... Ne, ist tatsächlich hier auch schon gewesen. Bei Magische Abende. War es vorher auch schon. War es letzte Woche Samstag auch schon so. Dass wir, wenn der Inno raus... Also für mich waren die bis jetzt immer hier so. Die Evos. Sehr, sehr tüchig. Auf jeden Fall haben wir jetzt den Background. Und hier haben wir jetzt eben passend auch zu der neuen Rush-Aufgabe diese wunderbare Evo. Und das heißt, immer mit der Ruhe. Da heißt es, lasse deine langsame Abwehr stetig schneller werden und verbessere einen Profi während Total Rush. Erhalte einen großen Tempo-Boost und zwei zusätzliche Playstyles. Und das ist jetzt für mich der wichtige Punkt, Freunde. Wo glaube ich viele... Ja, ich will nicht sagen verärgert sind, aber das vielleicht dann auch verchecken. So wie ich das Ganze jetzt verstehe, dadurch, dass wir die Objectives gerade durchgelesen haben und wir jetzt hier die Evolution ab Start haben, können wir nicht diese Evolution machen und parallel diese Aufgaben in den Ziel machen. So habe ich das auf jeden Fall gelesen. Also da vielleicht nicht irritieren lassen, falls ihr das eine mit dem anderen kombinieren wollt. Also da heißt es weiter, erhalte einen großen Tempo-Boost und zwei zusätzliche Playstyles. So, Homan Joli hätte jetzt in dem Beispiel maximal 80 Tempo. Würde danach sozusagen, wenn wir fertig sind, auch dann reinpassen. Das wäre auf jeden Fall schon mal nice. Maximal 83, darf das Rating sein. Tempo maximal 69, maximal sieben Playstyles und Innenverteidiger logischerweise die Position. Und da gucken wir mal durch. Also 15 Tempo, 5 Schießen, 5 Dribbling und gewinne eine Partie in Rush und setze dabei den Evo ein. Okay. Dann haben wir Spiele 2 Partien und gewinne 4 Partien. Okay. 5 Schießen und 5 Dribbling. Und dann 6 Tempo bei Level 3. Kannte als Playstyle und unerbittlich. Gewinne 2 Partien in Rush und mit mindestens 2 Toren Vorsprung. Das ist crazy. Und setze dabei deinen Evo-Spieler ein. Also, Beispiel jetzt hier, Homan Joli. Wir gehen mal gerade auf die Road to Glory. Beziehungsweise haben wir ihn gerade am Start. Da gucken wir manchmal drauf. Also, ausgeglichenes Tempo. Muss aber dann auch schon vorher im Endeffekt gehabt haben. Das ist richtig. Ja. Also, das wäre, glaube ich, mein erstes Go-To. Zu schauen, dass Antritt und Sprintgeschwindigkeit auf einem ähnlichen Level sind. Also, jetzt zum Beispiel so ein Orban mit 50, 65. Ich glaube, wenn wir den mal als Beispiel nehmen. Ähm. Da sieht er. Also, das wäre, glaube ich, die Bedingung, die ich zumindest machen würde. Christensen. Ja, ist auch ein gutes Beispiel. Weiß nicht, ob ich das so dann machen würde. Auch 80 Tempo dann am Ende des Tages. Oder auch Ginter. 75 dann. Wäre wieder da ausgeglichen. 96er Reaction hat er dann am Start, Freunde. Also, wir können hier einige gute Reaction-Sets auf jeden Fall rausholen. Wir könnten auch mit T frei gehen. Und uns einen weiteren Inter-Mailand-Link bringen, Freunde. Mit 90er Reaction wäre das gar nicht so eine schlechte Idee. Fällt mir gerade ein. Das wäre tatsächlich mal gar keine schlechte Idee, mit dem frei zu gehen. Ich sehe hier für Dortmunds-Fan vielleicht einen Anton. Der hätte dann auch 80 Tempo. Auch nicht schlecht. Kann ja auch Rechtsverteidiger spielen. Der Split ein bisschen weird. 90er Reaction sieht aber ganz gut aus. Puskets, Herr Puskets, Freunde. Puskets wäre natürlich auf jeden Fall sehr witzig. Mit den 58 Pays. Oder Mandy hatten wir schon die Special-Karte. Boah, wen nimmt man denn sonst, Freunde? Also, mir würde jetzt halt konkret einfallen, De Vrij, aufgrund der Linkbarkeit. Laporte wäre natürlich einer wegen der Saudi-League nochmal Linkbarkeit. Aber da auch der Tempo-Split gefällt mir jetzt nicht so wirklich. Wir gucken uns gleich mal die Besten, die Besten an. Auf jeden Fall die neue Aufgabe. Immer mit der Ruhe. Neue Evolution, schreibt gerne rein. Wen packt ihr genau in diese neue Evolution auf jeden Fall rein? So, dann schauen wir kurz in den Shop einmal rein. Wie sieht es da aus? Wir gucken rein. Pro-Packs, nichts Interessantes. Vorrat, klassische Packs. Packs für dich. Worte- und Taten-Packs für 6.000 Münzen? Nein, danke. Gehen wir noch kurz die Pro-Packs durch. 110 K Max. Nein, auch da nehmen wir kein Pack mit. Und damit gehen wir rüber und machen gleich mal die Evo-Geschichte gerade zu Ende. Also, was hat es mit der neuen Evolution auf sich? Slow it down, wie es im Englischen heißt. Und es sind mögliche Optionen. 17.000. 17.500, wenn wir es aufrunden. Das ist natürlich einiges. Wir haben jetzt einige auf der Road to Glory schon gesehen. 83er, die Compagnos. Und dann, wie gesagt, das Plus-1-Upgrade tendenziell am Start. Ja, wen will man, will man da nehmen? Also, ich würde auf jeden Fall auf Linkbarkeit gucken. Wir gucken mal gerade bei Footbin rüber. Slow it down haben wir hier nämlich direkt am Start. Roman Ioli als Beispiel. Klar, da hätten wir auch wieder den Serie A-Link. Ich denke halt jetzt, wenn man Varane hat und die beiden Thuram-Brüder beispielsweise, dann halt einen weiteren IV zu nehmen. Vorteil bei Robaglioli, wie gesagt, er hat das ausgeglichen mit dem Tempo. Barca-Link mit Christensen, das habe ich eben auch schon angesprochen. Auch kein schlechter Move. Hat auch die ZDM-Position inne. Bootmann. Ja gut, Holland. Premier League. Auch eigentlich ein No-Brainer. Gucken wir uns mal gerade an. Lenormand, 81 Pace sogar. Gucken wir uns gerade mal an. Die Vrei hatte ich eben als Beispiel genannt. Smalling. Falls ihr da die Roma-Karte noch habt. 76 Pace. Laporte hatten wir uns alle gerade angeschaut. Das sind aber doch jetzt gerade Kombos. Oder hatten wir nicht gerade eine andere Option? Bootmann, 80. Ist auf jeden Fall keine Kombo. Da haben wir halt wieder andere Spritgeschwindigkeit. Die Frage, ob wir das mit dann einem Shadow... Er hat eine neue Spritgeschwindigkeit, ne? Also, um ehrlich zu sein, Freunde. Vielleicht gehe ich da nochmal einen Step zurück, Freunde. Mit 93er Reaction. Und dann egal, Freunde, auf Antritt, oder? Oh, Lenormand sieht sehr gut aus. Mit einem Shadow. Absolut gut. 97er Reaction, Freunde. Was ist das für... Ach du jemalig. Okay, Freunde. Ich glaube, ich habe sie ein bisschen normaler eingeschätzt, als sie ist. Das ist eine absolute geisteskranke Evolution. Ach du heiliges. Das sind keine Kombinationen. Ja gut, mit einem Chemistry-Style. Jetzt sehen die natürlich nochmal ganz anders wilder aus. Laporte tatsächlich auch schon bei 76. Na, Freunde, das sind dann doch tatsächlich No-Brainer. Also klar, du hast hier mit Laporte die Alnassa links. CR7 Manet und so. Und jetzt haben wir doch die Sauni-Teamgrundlagen und sowas in die Richtung. Also, boah, da hätten wir schon einiges. Andrich wäre jetzt hier noch eine Option. Kann in Fortecker, ZM, ZDM mit mehreren Positionen natürlich auch immer eine richtig gute Geschichte mit Andrich zu gehen. Ähm, ja, 75 Pace. Also, wenn er auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine Karte, die das Pace-Upgrade braucht. 90 Antritt, 77 Spritgeschwindigkeiten mit dem Encore drauf. Och, Freunde. Also, da sind jetzt doch ein paar sehr gute Kandidaten dabei. Und damit würde ich dann auch tatsächlich Anton noch mit reinnehmen. Und wir sehen hier teilweise immer diese Holland-Links. Klar, hier, Deron ist im Endeffekt das gleiche wie De Vrij. Äh, wir haben einen Holland-Link ebenfalls am Start. Hier haben wir jetzt mit Into-The-Stat-Limits ihn kombiniert. Sehe ich gerade. Genau, ihn vorher auf 82 boosten wäre auch keine schlechte Idee. Bei Deron das gleiche. Und dann hat man eine weitere ausgeglichene Karte. Also, tatsächlich dadurch, dass wir über 17.000 als Option haben, Freunde der Sonne, ich bin am Ende des Tages jetzt doch bei einer sehr guten SBC-Sache. Schon bei einer echt sehr, sehr guten Evolution. Der Faktor, dass die 4-3 ist, dass so viele reinpassen. Und da können wir echt mal auf die Suche gehen und überlegen, okay, wen wollen wir denn da eigentlich upgraden? Und welche Links braucht vielleicht der jeweils andere dann für sich im Squad? Also, bin ich mal sehr gespannt, wen ihr dort wählt bei dieser Evolution. Wir werden uns das konkret wahrscheinlich morgen dann im Live-Film mal anschauen bei Twitch. Kommt, geht rum, bin ich jeden Tag ab 17 Uhr live. Und dann gucken wir gemeinsam, wen wir da in die Evo reinpacken. Und machen natürlich auch mit Fult-Gems weiter. Also, neue Evolution, machen wir einen Haken hinter, Top-Geschichte. Kommen wir zu der SBC Alda Sari. Ich würde sagen, SBC, keine Überraschung, ich habe es eben schon gesagt. Die SBC, wie gesagt, ja, die Lieblings-SBC von EA. Gucken wir uns auf das Upgrade uns mal an. Wie sieht es konkret aus von der 80 auf die 85? Okay, nur zwei Dribblungen und zwei Pace. Gut, Pace hat das schon vorher gehabt. Ich hätte mehr gedacht, dass es ein Dreier, Vierer-Upgrade ist. Wir haben ein 8-Dev, was big ist. Ausgeglichen. Da kommen wir wieder zu dem Thema. Fünf schießen, fünf passen, vier Füße ist immerhin. Immerhin die fünfe Upgrades beim Schießen, beim Passen. Vielleicht auch nicht ganz unwichtig bei so einer Karte. Aber wenn ich es richtig sehe, haben wir sonst... Ah doch, wir haben den Playstyle Plus tatsächlich als Upgrade. First Touch und Finesse Shot, Flair Technic, Chip Shot und First Touch hatte er so. Also quasi da jetzt quasi das Upgrade auf dem Playstyle Plus. Vorher auch schon fünf konkrete am Start gehabt. Vier Stände, fünf Stände, linker Flügel, LM. Alles gleich geblieben. Vielleicht beim Dribbling hätte ich noch gerne ein Upgrade mehr gesehen. Aber ich glaube, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, weil ganz ehrlich 86 Dribbling ist so ausgeglichen, wie es ist. Sieht gut aus, Tempo ist auch schon gut. Und jetzt eine über 90er Tempo-Karte zu haben, die hätte definitiv mehr gekostet. Also damit bin ich eigentlich ganz fein. Damit können wir arbeiten. So, und dann haben wir die beiden Objectives. Hier sehen wir nur einen. Wir gucken gerade nochmal rein. Objectives, Slow it Down. Klar, das sind die Objectives. Mit der Geschichte. Und dann haben wir noch Petro. Petro ist Silber. Also hier haben wir auf jeden Fall dann ordentliche Upgrades. Und, oh, das zieht sich auf jeden Fall durch. Ausgeglichene Karte. Ja, da lohnt sich auf jeden Fall. Sogar drei Sterne, drei Sterne Upgrade. Und Gabri Vega haben wir dann am Start von der 78. Auch das lohnt sich. Krass, dass der nur 78er Base hat. Ähm, ja, wieder back. Ich meine, den hatten wir auch letztes Jahr, ne? Gabri Vega. Guck gerade hier mal, wer der Footbin mit dem Generations Ding. Zack. Und schauen rüber. Genau, den Team of the Week, den 84er, daran erinnert. Und dann hier die 92er Version am Start. Also da ist so ein bisschen was. Auch Nostalgie im Background. Und passt natürlich, also hier mit dem Trikot und den Karten, die da passen, ist natürlich 1A, ne? Das natürlich sieht traumhaft aus, müssen wir ehrlich sagen. Also, Allrounder-Karte. Drei aus der Saudi-League. Leider nur eine SBC heute dafür. Und das müssen wir definitiv sagen. Eine Top Evolution. Also, die, was schon heute der Main-Content ist. Dann, wie gesagt, die Team-Grundlagen. Und dann auf der anderen Seite haben wir, wie gesagt, die Rush-Geschichte. Das neue Rush-Event. Und eben die Rush-Objectives. Also, denkt dran, wie ihr dann durchkommt. Ich habe euch alles hoffentlich in Ruhe erklärt. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr auch morgen wieder zu 90 Uhr-Content einschalten wollt, dann lasst kein kostenlosen Abo da. Lasst gerne, liebe da. Und nicht vergessen, eure Meinung zum E-AFC-Content von heute runterzuschreiben in die Kommentare. Wenn ihr auch morgen wieder mit dabei sein wollt, dann schaltet gerne ein. Und hier könnt ihr das Video von gestern jetzt abchecken mit unter anderem Total Rush-Packs, die wir dort öffnen. Viel Spaß bei dem Video. Und damit bis morgen. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.